Hallo meine Freunde, um was geht ab? Heute für eine neue Runde Roblox. Und zwar müssen wir heute der ekligen Oma entkommen. Seid gespannt, schaut bis zum Schluss und dann würde ich sagen, let's go. Was guckst du denn überhaupt im Fernsehen hier? Also, ah, da ist der Keks. Oh. Oma, ich hab dir gesagt, du sollst den kleinen Timmy nicht immer einsperren. Der hat doch gar nichts gemacht. Oh, Junge. So viele Bären fallen hier. Ich sag's dir, darüber müssen wir noch reden, ne? Wenn du immer den kleinen Timmy einsperrst, das geht gar nicht. Okay. Und einmal zack hier rüber. Juhu, noch ein Keks. Junge Oma, wo schmeißt du denn immer deine Kekse hier alles rum? Ah, jetzt sind wir draußen. Oma, wie kommst denn du jetzt hier her? Gehst du mal wieder rein und glotzt du deinen Film weiter? Was hat die denn da für einen Vogel überhaupt? Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir kommen auch ohne Gadgets klar. Und zack, einmal rum. Junge. So, was ist das? Alter. Fifi, bleib auf deinem Platz. Ich sag's dir. Oh Gott. Wie viele davon. Toll, wie soll ich denn jetzt... Fifi, geh mal weg jetzt. Ich will den Keks haben. Geh, geh. Junge. Fifi. Guck doch mal zu den anderen. Ey. Geh doch mal. Und wo ist eigentlich der Rest von eurem Körper? Seid ihr für Eierhunde? Weg, weg. Oh, ja. Fifi, ey. Aber ich glaube, ich hab den... Ich hab trotzdem den Keks, oder? Jetzt lasst mich in Ruhe hier. Ab. Sonst gibt's heute Abend keine Knochen für euch. Hä? Alter! Von wo kommt denn... Äh, Oma. Du weißt schon, dass ich das bin und nicht der kleine Timmy. Du kannst mich nicht einfach immer einsperren wollen. Junge, wie komm ich denn jetzt hier vorbei? Okay. Alles klar, hier. Oh, oh, das war knapp. Oh, da. Alles klar. Da hinten ist noch ein Keks. Den müssen wir mitnehmen. Es gibt immer Extra-Punkte. Was war das? Voll aufgeschmettert. Alter! Wo komm ich denn hier hin? Junge Oma. Was ist denn das für ein Verlies hier? Das zeigt... Dieses Spiel zeigt ganz neue Seiten von dir, ey. Zack. Und einmal rüber. Und... Jo. Ich hab das andere gar nicht gebraucht. Locker. Nice, nice. Zack. Okay. Und... Ja, genau. Wie soll ich denn da jetzt rüberkommen? Dein Ernst, Oma? Oh, ja. Gut. Keks, ja. Habe ich mir jetzt verdient. Oh, da kam eine Kugel, ne? Oh. Ah, gut. Okay, geschafft. Geht's? Nein, wir brauchen keine Gadgets. Leute, schreibt's mal unten in die Kommentare. Wer von euch kauft sich immer diese Gadgets? Also... Ich hab bis jetzt jedes Spiel ohne irgendwas geschafft. Weil es so schwierig sind, die Spiele ja nun auch nicht, ne? So, zack. Einmal hier rüber. Ja, genau. Bei der letzten... Säge, ey. Wer klappert hier eigentlich immer? Oma. Wenn du das bist mit deinem Gebiss, gell? Dann geh ich echt mal langsam zum Zahnarzt. Wow. Ah, das wäre zu gut gewesen, wenn es geklappt hätte. So, jetzt. Einmal kurz warten. Und... Wie soll man das denn schaffen? Mann. Vielleicht von der Seite hier. Jo, genau. So. Und zack, rüber. Erstmal Keks wieder. Jo. Okay. Und... Au, beim letzten. Und zack. Und zack. Und jo. Jetzt müssen wir auf... Diesen... Was ist das? Boot? Okay, hier über die Lava... Dinge. Oh, was war das denn? Hey, ging's da runter? Junge, hatte ich da Glück, hey. Aber was ist das? Guck mal, jetzt ist draußen auch schon dunkel, weißt? So viel, was ich hier rummachen musste. Da ist wieder ein Keks. Herkommen. Aber ganz schnell. Und mich verfolgt auch noch niemand. Das ist schon mal gut. Soll ich mich raus aus dem Garten, oder was? Okay, das sieht auch ein bisschen ganz komisch aus. Oma. Was liegst du denn da hinten so rum? Komm her. So. Und jetzt rede ich mit dir mal Klartext. Das mit dem kleinen Timmy. Das geht dir so gar nicht. Ja. Du musst lieber werden. Und netter. Und sperr dich nicht immer ein. So. Jetzt kriegst du deine Strafe. Und wenn du dich mal rasierst, dann werden wir jetzt auch rechnen. Kannst doch so nicht rausgehen. Guck mal, wie du ausschaust. Oh, die wird aber ganz böse hier langsam. Nein, 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 nein. Komm nicht so nah. Yo. Siehst du, Oma? Ich hab's dir gesagt. Komm nicht so nah. selber schuld. Ja. Ich hab's dir gesagt. Ja. Und wir haben's geschafft, Leute. Ich bin sogar auf dem ersten Platz im Hard Mode. Ja, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Leute, wenn ich das schaff, dann schafft ihr das auch. Also, wer möchte, kann gerne mal dieses Spiel spielen. Und dann würde ich sagen, seid gespannt auf die nächste Folge. Und bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.